So, ganz herzlich willkommen zu diesem Video. Heute gesundes Wasser selbst herstellen. Ja, viele Menschen fragen mich, ich habe seit knapp 15 Jahren eine Praxis, was kann ich denn tun, um die Wasserqualität zu verbessern. Es gibt viele Geräte auf dem Markt, es gibt viele Hypes, die man mittlerweile so wieder mitkriegt. Das Thema Wasser kommt jetzt wieder hoch, kocht jetzt wieder hoch, hätte ich fast gesagt. Und ich habe einfach die Frage gekriegt, was dazu meine Meinung ist, was dazu die Erfahrungen sind. Grundsätzlich mal möchte ich sagen, wir haben in Deutschland eine sehr hohe Wasserqualität. Es wird sehr, sehr viel Aufwand betrieben, die Wasserqualität zu messen. Allerdings muss man auch sagen, dass die Wasserqualität natürlich da gemessen wird, wo es aus dem Wasserwerk rauskommt. Und was dann letzten Endes im Haus passiert, wenn es durch die Leitungen ins Haus eintritt, kann natürlich kein Mensch sagen. Also hier ist es so, dass wir quasi hier so eine unsichtbare Lücke haben. Ja, was passiert oder ein großes Fragezeichen, eine Blackbox, was passiert eigentlich im Haus dann mit dem Wasser. Kann natürlich sein, dass alte Leitungen verbaut sind, dass vielleicht eine Verkeimung drin ist, wenn eine Wasseraufbereitungsanlage drinnen ist. Ich habe jetzt mit einem Freund vor ein paar Tagen gesprochen, der mir gesagt hat, in seinem neuen Haus scheint jetzt eine Verkeimung reingekommen zu sein. Wenn das Wasser riecht modrig und solche Dinge, solche Phänomene gibt es da natürlich. So, jetzt gibt es andere Länder, wo es gang und gäbe ist, beispielsweise in den USA, dass man eine Wasseraufbereitungsanlage zu Hause hat. Und hier gibt es sehr, sehr viele verschiedene Modelle. Es hypt gerade hoch, mehrere tausend Euro mit Bestrahlung, UV-Bestrahlung und so weiter und so fort. Und ich möchte hier einfach meine Erfahrungen mal mit reingeben. Grundsätzlich die Frage an die Zuschauer, an euch oder an sie, glauben sie wirklich, wenn sie gesundheitliche Probleme haben, glauben sie wirklich, dass wenn sie jetzt eine Wasseranlage einbauen, dass das der Game Changer ist für ihre Gesundheit? Ich sage nein. Natürlich möchte ich auch selbst, ich habe auch eine Wasseraufbereitungsanlage, sogar zwei, Natürlich möchte ich zu Hause auch ein gutes, gesundes Wasser trinken, schwermetallfrei, frei von Schadstoffen, frei von Bakterien, frei von groben Verschmutzungen und so weiter. Das kann man mit der Umkehrosmoseanlage natürlich bewerkstelligen. Aber ich denke, wichtig ist, dass es jedem klar sein sollte, dass es nicht der große gesundheitliche Game Changer ist. Aber leider wird es halt häufig als solches verkauft. Wasser bleibt Wasser. Und ja, was kann man tun, um die Wasserqualität zu Hause zu verbessern? Man kann einige Dinge tun. Ich habe seit jetzt, glaube ich, ja über 13 Jahre ungefähr eine Umkehrosmoseanlage. Umkehrosmose heißt, dass einfach hier, dass es eine Membran gibt. Das Wasser wird sozusagen auf ganz feine Art und Weise vorgefiltert und dann halt feingefiltert. Die Anlage spült sich immer wieder selbst. Sie reinigt sich sozusagen mit dem Wasser, das sie herstellt, selbst. Das Ganze funktioniert ohne Strom. Und das Prinzip heißt eben Umkehrosmose. Gegen Umkehrosmoseanlagen gibt es viel Kritik, weil es Menschen gibt, die behaupten, dass eben das Umkehrosmose Wasser dann wieder Mineralstoffe raubt und so weiter. Da kann man entgegentreten. Und man kann einfach hier sagen, dass man die Mineralien wieder zuführen kann. Also man kann die Mineralien bei der Umkehrosmoseanlage durch einen Mineralisationsfelder wieder hineingeben, macht den Geschmack auch etwas besser und dann hat man die Mineralstoffe wieder drin. So eine Wasseranlage wird unter der Spüle eingebaut. Man kann es also mit einem Wasserhahn, mit dem bestehenden Wasserhahn, wird es nicht gehen, aber man muss über ein Loch, dass man sozusagen einen Vierwege- oder Dreiwege-Wasserhahn kauft, wo dann dieses gute Wasser sozusagen, das ja dauerhaft dann letzten Endes auch gespeichert wird in einem kleinen Boiler oder einer Art Boiler. Dann kann man das über den gleichen Wasserhahn beziehen oder man braucht eben einen zweiten Wasserhahn, ein zweites Löchlein. Was es auch gibt, sind Anlagen, die das Salz rausfiltern. Auch sowas habe ich hier, Entschuldigung, das Kalzium rausfiltern über einen Harzaustausch, über einen Ionenaustauscher, der hier einfach dafür Sorge trägt, dass Kalzium gegen Salzionen ausgetauscht werden, wenn man in einer Region wohnt, wo es sehr, sehr salzhaltiges Wasser, Entschuldigung, wieder versprochen, kalziumhaltiges Wasser gibt. Das macht natürlich einfach eine Komfortsache, wenn man eben keine Kalkflecken dann mehr hat in der Dusche oder wenn der Wasserkocher dann nicht so leicht verkalkt. Und hier kann man eben dann zusätzlich noch so eine Umkehrosmoseanlage hinterher schalten. So habe ich das in meinem Haus sozusagen auch. Grundsätzlich gibt es mit so einer Wasseranlage halt eine Komfortgeschichte, denn man muss nie mehr Wasser einkaufen. Man hat also sein Heilwasser quasi oder sein gutes Wasser zu Hause, produziert es unter der Spüle. Man muss keinen Kasten mehr schleppen, das sind so die Vorteile. Die Nachteile sind auch, dass man letzten Endes ein bisschen bauliche Veränderungen machen muss, dass man halt auch immer wieder diese Osmoseanlage warten muss. Also im regelmäßigen Abstand so ein, zwei Mal pro Jahr, je nachdem wo man wohnt, muss man neue Filter reinbauen. Und alle zwei, drei, vier Jahre, je nachdem wo man wohnt, wie die Anlage sich festsetzt und zumacht, muss man dann halt die Umkehrosmose-Membran austauschen. Das sind aber alles keine Mega-Investitionen. Letztendlich ist es das, was man zu tun hat. Es fallen sozusagen laufende Kosten an. Die Kosten sind aber doch relativ gering. Also das ist ein Nachteil. Was gibt es für Vorteile? Ganz klar, diese Anlagen sind in der Lage Schwermetalle rauszufiltern, Medikamentenrückstände. Wir wissen ja, dass mittlerweile im Grundwasser auch Rückstände sind von der Pille, wenn die Frauen sozusagen die Pillenrückstände in die Kläranlage geben. Wenn das Kläranlagenwasser dann gefiltert, zurückgegeben wird in den Wasserkreislauf, hat man jetzt schon Untersuchungen gemacht, dass dort eben die künstlichen Hormone sichtbar sind, erkennbar sind, messbar sind im Grundwasser, beziehungsweise halt in manchen Wasserreservoirs. Also so eine Anlage kann das rausfiltern. Das ist ein Riesenvorteil. Es filtern natürlich auch Sedimente raus und all diesen groben Kram, den man so eigentlich ja nicht sieht. Auch Schwermetalle werden rausgefiltert. Das ist eine riesengroße Sache. Mir wird regelmäßig speiübel, wenn ich meine Filter wechsle. Neulich, vor zwei Tagen, hat eine Kollegin ihre Filter gezeigt. Also sie wohnt scheinbar in einem Altbau. Da haben ihre Filter noch mehr Schlonze, Sediment, braune Ablagerung und so weiter. All das kommt zum Vorschein, wenn man diese Anlage dann säubert und wieder frisch macht. Und wenn man das dann mal sieht. Ich kann mich sehr, sehr gut an mein erstes Mal erinnern, wo ich die Anlage sauber gemacht habe. Habe ich noch in einem anderen Ort gewohnt. Dort war man in einem Altbau. Und also mir ist wirklich speiübel geworden, wie ich diesen ganzen Glibber dann gesehen habe. Was war eigentlich sonst ja so mit trinken. Okay. Also es wird ein Haufen Hype gemacht ums Thema Wasser. Man kann Anlagen kaufen. Es werden hier sehr, sehr große Versprechungen gemacht. Ich stelle mich auf den Standpunkt und sage, das ist alles nicht nötig. Es reicht eine einfache Umkehrosmoseanlage mit der Möglichkeit der Remineralisierung. Das heißt mit der Möglichkeit wieder gute Mineralien hinzuzufügen. Und das zweite mit einer sogenannten Permeatpumpe. Die Permeatpumpe sorgt dafür, dass der Schmutzwasserverbrauch nicht so hoch ist. Denn die Anlage muss sich praktisch immer wieder selbst spülen. Und somit wird der Wasserverbrauch gesenkt, wenn sich die Anlage selbst spült. Das war es eigentlich zu diesem Thema. Klar, jeder muss selber die Entscheidung treffen, wem er glaubt. Aber wie gesagt, in anderen Ländern ist in jedem Haushalt so eine Umkehrosmoseanlage verbaut. Ich würde mal sagen, die kosten so im Bereich zwischen 250, 300, 350 Euro. Wenn man eine Familie ist mit vier, fünf Personen. Das ist eine Anlage, die letzten Endes ausreicht. So völlig genügend ist für die Ansprüche einer Familie. Und dann kann man sich diese ganzen Zusatztools da reinbauen mit Energetisierung und UV und so weiter. Ich, meine persönliche Meinung, jeder hat eine andere Meinung, ist, man braucht es definitiv nicht. Gut, das war es zum Thema. Danke fürs Zuschauen. Gerne den Kanal abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss. Tschüss.